Nächstes wichtige Thema in Distributed Computing ist Apache Spark. Ehrlich gesagt gibt es hier in den Folien nicht zu viel zu erzählen. Sie können alles über die Struktur und Funktionalität von Spark in den Folien lesen, deswegen werde ich nur ein paar wichtige Stichpunkte sagen und danach direkt zu Coding gehen. Also Apache Spark ist ein Framework für Cluster Computing. Die Hauptstärken von Spark sind interaktive Datenabfragen, Verarbeitung von fließenden Daten bzw. integrierter Verfahren von maschinellem Lernen. Ein wichtigster Unterschied zwischen Hadoop und Spark ist, dass Hadoop alle Zwischenergebnisse von MapReduce immer auf die Festplatte schreiben und danach von der Festplatte lesen muss. Also wie auf diesem Bild, Input lesen, Mappen, als Dateien speichern, die Datei wieder lesen, Reduce, die Dateien speichern und so weiter. Das gibt uns viel Stabilität bzw. Ausfalltoleranz, aber auch erhöht den Zeitaufwand. Im Unterschied dazu versucht Spark alle Daten in Hauptspeicher oder RAM zu lesen und alle Verarbeitungen dynamisch in RAM zu machen. Deswegen ist Spark normalerweise viel schneller als Hadoop. Spark braucht aber leistungsstärkere Hardware und viel mehr Hauptspeicher als Hadoop. Das heißt, wenn Sie keinen starken Rechner haben, sondern nur normale gewöhnliche PCs wie zu Hause und die Geschwindigkeit ist für Sie nicht zu wichtig, ist Hadoop eine gute Wahl. Und wenn die Geschwindigkeit oder Echtzeitbearbeitung wichtig ist und Sie leistungsstarke Hardware haben, ist Spark besser. Hadoop bietet selber auch die ganze verteilte Ökosystem mit verteilter Dateisystem HDFS und Ressource Manager Yarn. Wobei Spark ist nur ein Framework für das verteilte Rechnen und muss auf irgendwelche verteilten Dateisystem und Ressource Manager basieren. Das heißt, Sie können Hadoop ohne Spark nutzen, aber Spark können Sie nicht ohne Hadoop nutzen. Die Installierung und Einstellung von Spark ist viel einfacher als bei Hadoop. Sie gehen bloß auf die Webseite und runterladen das Archiv. Dazu müssen Sie auch Scala Runtime und Java installieren. Passen Sie auf, dass die Spark Binarys für eine bestimmte Version von Java und Scala kompiliert sind. Deswegen müssen Sie auch die korrekten Versionen von Scala und Java installieren. Scala installieren Sie von hier, Download und hier die Otherways. Die benötigte Scala-Version sehen Sie hier oder in dem Verzeichnis mit Spark. Gehen in Jars und gucken die Datei Scala-Library-Jar und hier ist die Version. Sie müssen ein paar Umgebungsvariablen erzeugen. Die Variable Spark Home, die zum Verzeichnis mit dem installierten Spark zeigt. Noch eine Hadoop Home, die entweder zum Verzeichnis mit Hadoop zeigt, wo Sie auch ein Verzeichnis Bin haben oder zum selber Spark Verzeichnis, weil Spark schon mit Hadoop aus der Box kommt. Für Windows müssen Sie auch die Windows Utilities oder Win Utils haben. Außerdem müssen Sie auch den Pfad zum Scala Bin und Spark Bin in Ihrer Path Variable haben. Also mit Spark haben Sie ein bisschen mehr Flexibilität mit verschiedenen Programmiersprachen zu arbeiten. Ich werde ein selbes Beispiel zeigen, aber mit drei Sprachen, Java, Scala und Python. Das Beispiel ist wie früher, die Wörter in einem Text zu zählen. Das ist in Big Data ein sozusagen Hello World Beispiel. Ich fange mit Scala an. Ich öffne ein Konsolenfenster. Wenn Sie Spark und Scala korrekt installiert haben, können Sie bloß aus der Konsole den Spark Shell ausführen. Und gerade hier schon mit Spark zu arbeiten anfangen. Also zuerst lesen wir das Text in einer Variable. Danach kann ich bloß durch eine Methode Kette die Daten verarbeiten. Hier einfach gesagt teile ich das Text in Wörter nach einem Leerzeichen. Oder ich kann hier auch eine Regular Expression nutzen. Das hier in Scala ist eine Lambda-Funktion. Also ich mache aus dem Text eine Flat Map, um alle Wörter aus allen Textzeilen in allen Texten einfach in eine flache Liste zu umwandeln. Danach, genauso wie bei MapReduce Verfahren, mache ich Mapping. Als Paaren Wort und Wert 1. Und am Ende mache ich Reduce nach dem Schlüssel. Und in der Lambda-Funktion summiere ich die Werte. Das ist alles. Alles war in dem Hauptspeicher oder RAM verarbeitet und bleibt immer noch in RAM. Ich kann jetzt die Zwischenergebnisse auf der Festplatte cachen mit counts.cache. Oder als eine normale Textdatei speichern. Und hier sind die Ergebnisse in dem Output-Verzeichnis in ähnlichem Format zu Hadoop. Eine Success-Datei und eine Datei mit allen Ergebnissen. Oder ich kann sogar mit einer Vorschleife die Ergebnisse ausdrucken. Jetzt lassen wir dasselbe in Java machen. Ich erzeuge ein leeres Projekt und wir müssen das Projekt einstellen. Es ist hier auch einfacher. Ich muss nur in den Projekteinstellungen Modules Dependencies plus Jars or Directories ein Pfad zum Spark Jars hinzufügen. Zuerst erzeugen wir eine Konfiguration wie bei Hadoop. Hier gibt es sehr viele verschiedene Einstellungen, die wir hinzufügen können. Erste was ich mache ist der Name der Anwendung. Und danach muss ich die Anwendung für Single-Node Cluster einstellen. Also Master ist Local. Und die Anzahl von Cores ist 1. Wenn Sie es für mehreren Rechner einstellen wollen, gucken Sie selber in Spark Dokumentation. Danach erzeugen wir ein Kontext, auch wie bei Hadoop. Und jetzt können wir die Datei lesen. Das machen wir durch das Spark Kontext Objekt. Passen Sie auf, dass der Typ hier ist RDD. Sie können mehr über RDD in den Folien lesen, aber kurz gesagt, das ist Resilient Distributed Dataset. Ein Typ in Spark, der uns ein bequemer Zugang oder Interface zu den Daten gibt, die tatsächlich zwischen den Hauptspeicher von mehreren Rechnern in einem Cluster verteilt sind. Das heißt, diese Kollektion kann zwischen mehreren Rechnern verteilt sein, aber wir arbeiten damit als mit nur einer Variable. Als nächstes können wir die Datei verarbeiten. Ich kopiere jetzt hier als Kommentar den Code aus unserer Skala-Anwendung, damit Sie sehen könnten, wie ähnlich das Interface auf allen Programmiersprachen aussieht. Also die Textdatei machen ein FlatMap und hier in der Lambda-Funktion teilen Inverter. Aber hier brauchen wir ein List-Iterator, deswegen Arrays as List und am Ende Iterator. Danach Mappen als Key-Value Paaren. Hier können wir einen Tuple2-Typ von Scala nutzen. Und schließlich ReduceByKey und summieren die Werte. Und dafür eine Variable. Und das ist Paaren von Strings und Integers, auch in dem Hauptspeicher als RDD. Und jetzt können wir es genauso wie in Scala cachen oder die Ergebnisse als eine Textdatei speichern. Oder die Ergebnisse in Konsole ausdrucken. Und am Ende soll ich Spark-Kontext beenden. Ich kann jetzt die Anwendung kompilieren. Für die Ausführung ist das Prozess sehr ähnlich zu Hadoop. Wir müssen die Anwendung als JAR-Datei packen. Ich mache es jetzt. Und jetzt, wenn Spark korrekt eingestellt ist, kann ich es mit Spark ausführen. Dafür schreibe ich Spark-Submit, danach "-class", voller Name der Hauptklasse, in diesem Fall .dehtw-main und der Name der JAR-Datei wc.jar und Enter. Es wird laufen. Hier können Sie schon den Output von meiner Vorschleife sehen und alles. Und hier sind die Ergebnisse in dem Output-Verzeichnis, auch in ähnlichem Format zu Hadoop, eine Success-Datei und eine Datei mit allen Ergebnissen. Es hat viel schneller im Vergleich mit Hadoop gelaufen. Sie sehen hier paar Fehlermeldungen, aber das hat mit den Zugriffsrechten zu tun. Spark könnte nicht die temporären Verzeichnisse löschen. Das ist leider ein Problem mit Windows. Wenn Sie es in Linux oder Mac ausführen, soll es nicht so problematisch sein, weil die Rechte da sehr explizit sind. Und jetzt, selbes Beispiel mit Python. Ich nutze hier Jupyter Notebook, aber Sie können auch als normale Python-Anwendung schreiben, z.B. in PyCharm oder Visual Studio Code usw. Abhängig von der Version bräuchten Sie höchstwahrscheinlich ein Package für Spark, findSpark. Und Sie brauchen auch ein Package PySpark. Beide können Sie sehr einfach mit Ihrem Python Package Manager installieren, in meinem Fall mit pip. Ich importiere die Klassen spark-conf und spark-context. Erzeuge eine Konfiguration. Und genauso wie in Java setze die Einstellungen. Erzeuge einen Kontext. Lese die Datei. Und wenn ich der Tipp checke, ist es auch RDD. Jetzt bearbeiten das Text, genauso wie bei Scala oder Java. Zuerst Flat Map und teilen in Wörter. Hier will ich auch Regular Expressions importieren. Danach mappen die Keys und Values. Und schließlich Reduce by Key. Jetzt müssen wir nur die Ergebnisse als eine Liste kriegen mit Collect. Und das ist alles. Ich kann entweder die Liste hier zeigen. Oder in Vorschleife. Ich nehme hier nur die erste 100. Oder als Datei speichern. Und hier sehen Sie viele Möglichkeiten. Aber ich speichere als Textdatei. Und hier sind die Ergebnisse. Ich kann hier sogar mehr machen. Zum Beispiel kann ich nach allen Verarbeitungen die Ergebnisse auch sortieren. Hier ist die Sortierung nach Schlüssel oder nach Wort. Die Wörter sind jetzt in alphabetischer Reihenfolge. Sie können es sogar komplizierter machen. Mit SortBy. Und hier eine Lambda-Funktion. X ist das Par KeyValue. Deswegen wenn ich so mache. Es wird nach der Anzahl absteigend sortieren. Oder ich kann sogar nach der Wortlänge sortieren. Und natürlich können Sie dasselbe auch mit Java-Code oder Scala-Code machen. Die Syntax ist sehr ähnlich. Das soll für Sie reichen, damit Sie mit der Belegaufgabe anfangen könnten. Weitere Beispiele bzw. Materialien finden Sie in den Folien und auf Moodle. Bis nächste Woche.